Oh man, oh man. Hallo, schön Sie zu reichen, Herr Habeck, Markus Cäsar ist mal parat. Wie geht es Ihnen heute? Er geht gut? Oh ja, in Zylköln. Guten Tag, Herr Lorius. Guten Tag. Es freut mich Sie kennen zu lernen. Mein Name ist Rudy Lang. Ich stelle eine internationale Investmentgesellschaft Definitaria vor. Sie haben Sie kürzlich in dem Handel mit dem Softwaresystem angemeldet, richtig? Ja, bitte. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Lukas Beck, sprich gerade mit dem Herrn Rüber. Wie heißen Sie? Mein Name ist Lukas Beck. Hören Sie mich? Sie heißen doch sonst Lukas Preiss. Und damit einmal wieder herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute haben wir wieder drei Telefonate mitgebracht, die, naja, wie immer aus der Tradingmasche sind. Irgendwie rufen die anderen Betrüger mittlerweile nicht mehr an. Vielleicht ist das mittlerweile auch ein gutes Zeichen, dass es nicht mehr so viele andere Betrüger gibt. Die Lottomasche zum Beispiel. Oder die Stromverkäufer. Oder die, weiß ich nicht, die euch angebliche Gewinne versprechen mit tollen Reisegutscheinen. Hm, die sind alle irgendwie nicht mehr da. Zeitschriften sind wohl auch nicht mehr so modern. Das Trading-Thema ist momentan das Thema, was uns, ja, irgendwie alle den Atem raubt. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen drei Telefonaten. Oh Mann, oh Mann. Hallo, schön Sie zu reichen, Herr Habeck. Markus Cesar ist mal parat. Wie geht es Ihnen heute? Geht gut? Oh, ja, in Sekund. Okay, langsam, langsam. Sind Sie jetzt erreichbar? Ich bin jetzt erreichbar, ja. Soll ich nochmal auflegen? Können Sie es nochmal probieren? Es geht um Kryptowährungen, ja, um Bitcoin. Aha. Wie war Ihr Tag heute? War gut? Ja, der war sehr schleppig. Sind Sie jetzt zu Hause? Hm, auf meinem Stühlchen. Ah, so. Haben Sie Ihr Computer eingeschaltet? Hm. Richtig? Ja. Oh, okay. Und bis jetzt haben Sie ein bisschen gelernt, wie das funktioniert, auch wie das läuft bei Trading Online? Hm. Ja? Hm. Es heißt, ja. Mhm. Mhm. Okay. Und gehen Sie erst einmal bei Ihnen in das? Nee. Wie, nee? Na, mache ich nicht. Kennen Sie bei Ihnen in das? Ja. Okay, dann erst einmal werden wir auch zusammen verbinden, damit ich auch Instruktionen gebe. Nee. Wie, nee? Na, ich lasse mich doch nicht auf meinen Computer gucken. Ich möchte keinen Zugriff haben, ja? Ich werde nur Ihnen begleitigen, damit ich auch Instruktionen gebe. Dafür bleiben Sie immer ruhig. Aha. Ja, junger Mann, aha, so ist. Aha. Und was machst du jetzt? Hä? Vielleicht schauen Sie Porno auf Ihrem Computer oder was? Hm, nee. Wie, nee? Nee. Nur nochmal zur Erinnerung. Hier ruft jemand an von einer Tradingbank. Tja, dass der gleich auf Pornos kommt, kann ja wieder nichts Gutes heißen. Also zumindest kann das nicht heißen, dass der zu den seriösen Leuten gehört, die euch was am Telefon verkaufen wollen. Oh Mann. Ich finde es ja wieder absolut spannend und interessant, wie die Gedankengänge der Betrüger sind. Da ist man gerade mal zwei Minuten bei denen am Telefon und schon erzählen die irgendwas von Pornos. So stellt man sich das doch vor, wenn man einen Anruf von seiner Hausbank bekommen hat oder nicht. Wie alt bist du, Herr Robert? Geht dich nichts an. Wie alt? Ähm, ich bin hübsch. Hübsch? Okay, gehen Sie erst einmal bei Enides, damit wir auch nicht mehr Zeit beschwenden. Ja, wahre Schönheit kommt aus der Erde. Okay, langsam, langsam. Alles kommt in Ruhe, ja. Sagen Sie mir die Nummer von Enides. D. Wie D? Nicht D, die Nummer. D. Mhm. Nein. Warum? D. Warum, mein Lieber? Was passiert? Dad. Wir haben auch einen Prozess zusammen gemacht, ja, wegen Ihrem Handelskonto. Ja. Genau. Wir haben auch schon dreimal zusammen geredet. Was ist denn los mit Ihnen? Gepupst. Was ist denn los? Warum haben Sie alles vergessen? Schinken. 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 Ja. Okay, gehen Sie auf Ihren Computer erst einmal. Auf meinen Computer? Meinen Sie denn, das hält das Gehäuse aus? Gehen Sie auf Ihren Computer jetzt. Machen Sie nicht so jetzt. Ja? Ja. Langsam, langsam. Alles kommt in Ruhe, ja. Mhm. Genau. Gehen Sie bei Enides. Mit 90-Jährigen Nummer. Bei der Roten. Nee. Wie nee? Ich geh nicht bei Enides. Bei Team Viva? Nee, auch nicht. Wo sind Sie? Sind Sie zu Hause? Ja. Bei welchem Zimmer? Im Gästezimmer. Ich werde auch dabei... Okay, dann, äh, was möchten Sie machen mit Ihrem Computer? Sagen Sie mir. Äh, da möchte ich gerne Butter einfühlen. Ah, genau so, Cowboys. Wir werden das auch zusammen machen. Ich bin auch ein Cowboys. Der flutscht. Das ist wieder besser. Ich bin auch ein Cowboys, ja? Ich bin Pornostyle. Mein zweiter Job. Pornostyle, ja. Ich habe viel Video gemacht. Ja. Mit dem jungen Mann, ja? Baby Platsch und der Dönerbrat. Möchten Sie bubsen mit mir? Nee. Pippi Max wird Dönerbratend. So muss wohl der Titel gewesen sein für deinen Blick. Wo sind Sie? Ich werde auch... Ich komme jetzt dabei, ja? Ja. Das ist aber sehr schlimm. Gehen Sie jetzt bei Enides. Jetzt sofort. Wir werden das auch zusammen machen. Bei Enides. Äh, äh. Keine Chance. Warum gehen Sie jetzt bei Enides? Nee. Ich bin auch nicht exzitiert jetzt. Ich lasse mir doch nicht von dem Betrüger auf bei Enides gucken. Nein! Sagen Sie nicht so! Scheiße! Sagen Sie nicht so! Nein! Sagen Sie nicht Betrüger! Was sagen Sie so? Abzocker. Abzocker. Du bist Gay. Saatisch, bitte. Du bist ein kleiner Gay, ja? Und du bist ein kleiner Fisch. Hallo, meine Eier. Du Wichser. Du Hurensohn. Nein, die sind nicht zu kreckig. Und du was? Ja. Raus von euch klein, du kleine Päde. Ja. Raus. Oh, du bist aber niedlich. Ja, du kleine Hohenigbelone. Gehen Sie bei Enides. Nein. Gehen Sie jetzt sofort. Nein. Machen Sie nicht so jetzt. Nee. Junge Mann, machen Sie nicht so jetzt. Gehen Sie bei Ihnen das. Nein, alter Mann. Ich bin richtig ein alter Mann, ja? Ich bin über 60 Jahre. Ja, sowas ist schon alt und schrumpelig. Ich werde alle junge Mann ficken. Ja, wie Sie, ja? Ja. Du bist ein wichtiges Hurensohn. Oh, toll. Das ist aber nett. Und sonst so? Erzähl mehr von deinem Zuhause. Raus von Deutschland. Raus. Nee. Nazi. Nee. So, nee, nee. Nee. Ja, also, weiß ich nicht. Ich meine, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dem netten Herrn hier so denkt, aber, ja, ich glaube, so richtig nett ist er ja nicht, weil irgendwie war er dann ja doch wieder unfreundlich. Hm, ich weiß es nicht. Beleidigen können sie irgendwie alle supergut von den Betrügern. Ja, das ist irgendwie das Einzige, was sie überhaupt können. Tja, und vor allem Anydesk schon wieder. Wieder so eine Firma, die einfach mal auf euren Computer gucken möchte, was da so schönes, interessantes los ist. Tja, dass ihr da die Finger von halten solltet. Das wisst ihr ja bereits. Wenn man einmal den Zugriff auf eurem Computer hat, ihr wisst nicht, was dann danach passiert. Also, naja, ich kann es euch erzählen. Man wird euch einen Trojaner installieren und dann Zugriff auf all eure Logins haben. Und es ist tatsächlich auch einfacher, als man denkt. Man kann, wenn ihr euch auf YouTube zum Beispiel einloggt, ist ein Cookie, also dieser Kuchenkrümel, Kekskrümel sagt man ja auch dazu, ist ein Cookie gespeichert auf eurem Rechner. Der enthält alle Zugangsdaten. Den kann man vom Computer auslesen, wenn man Zugriff auf den Computer hat. Und dann kann man sich direkt einloggen, ohne das Passwort, ohne die Daten zu wissen. Und schon sind die auf eurem Rechner, beziehungsweise auch in eurem YouTube. Oder auch bei eurer Bank. Kommt natürlich immer darauf an, wie das alles gesichert ist. Ja, oder auch alle anderen Logins. Ich meine, wenn man sich bei euch beim Amazon einloggen kann, ist es auch nicht unbedingt spaßig, wenn man hier die Zwei-Faktoren-Authentifizierung nicht aktiviert hat. Sollten wir vielleicht auch mal ein Infovideo dazu machen, wie man sich möglichst schützen kann. Wir haben ja was für die Zukunft. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr sowas mal haben wollt. Guten Tag, Herr Glorius. Guten Tag, guten Tag. Es freut mich, Sie kennenzulernen. Mein Name ist Rudi Lank. Ich stelle eine internationale Investmentgesellschaft Definitare vor. Sie haben sich kürzlich in dem Handel mit dem Software-System angemeldet, richtig? Nee. Das kann nicht sein, weil ich habe ihre Nummer. Warum fahrt ihr denn nach Richtigkeit? Entschuldigung. Ja, also, das ist tatsächlich in der Tat schon wieder von Anfang an verwirrend. Der ruft hier mit einer sehr aggressiven Stimme an und fragt, ob das richtig ist, ob ich mich da angemeldet habe. Ich verneine das Ganze und der widerspricht mir. Also wozu fragt er mich denn, wenn er die Antwort doch schon weiß und geben wird und will und kann oder wie auch immer? Einfach nur wieder Wahnsinn. Tja, aber so läuft es in den Betrüger-Call-Centern. Die wollen euch die ganze Zeit unter Druck setzen, damit ihr irgendwie da Geld überweist. Nett will da irgendwie keiner sein. Weiß ich nicht, dass das überhaupt funktioniert. Aber es scheint ja wohl mit dieser Methode zu funktionieren. Hören bitte. Ja, warum fragt ihr denn nach Richtigkeit, wenn ihr dem dann widerspricht? Macht ja keinen Sinn. Also wenn du eine Frage stellst, der Kunde antwortet und dann verneinst du das. Der Kunde hat es so total hirnrissig. Äh, haben Sie bereits Erfahrung im Handel? Banane. Äh, nicht schlimm alles passiert, was wir sagen haben, haben 40% der Kunden, die keine Erfahrung haben. Aha. Schlemmarschnitte. Äh, wiederholen bitte. Schlemmarschnitte. Entschuldigung, ich nicht verstehe Sie. Nee, nicht verstehen Sie. Oh. 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 Nicht leicht. Ich kann Ihnen, ich kann Ihnen eine Probewoche anbieten. Jetzt erzähle ich, äh, wie F funktioniert. Sie beginnen mit 200 Euro und wir geben Ihnen einen Bonus. 50% Ihrer Anzahlung. Es werden 100% Euro. Äh, wiederholen? Das ist nicht zu wenig. Nein. Doch. Bitte, ja. Nicht zu wenig. Sie haben mit, äh, Entschuldigung, ein Minuten bitte. Mhm. Und schon ein paar Werte, der deutsche, nicht sprechende Deutsch-Versorger. Na, welche Knallschüte kriegen wir, wenn jetzt so eine Leitung? Hallo? Hallo, schönen guten Tag, äh, Herr, Herr Lorius. Floris, äh, ich heiße Anna Schulz. Ich bin von Definite Ehre an mein Kollege... Wie bitte, äh, mein Kollege Rudi Lang hat mit Ihnen gesprochen. Haben Sie irgendwelche Fragen? Sagen Sie bitte. Haben Sie doch intelligente Mitarbeiter oder sind die alle so wie Sie und Ihr Kollege? Was? Äh, Sie bekommen aus Ihren, äh, Mailbox einen Brief. Äh, sehen Sie diesen Brief? Äh, ja? Ja, bitte, was? Richtig mit Kuvert und so, mit Umschlag? Ist da auch eine Briefmarke drauf? In Ihrem Mail finden Sie eine, finden Sie eine, einen Brief. Haben Sie diesen Brief geöffnet, durchgeschaut, Herr Luriluri? Nein, ich hab meinen Brieföffner aus Versehen verlegt. Dann finden Sie vielleicht in, in, äh, in Spam. Beim Spam? Nee, da fahr ich jetzt nicht extra hin. Äh, warten Sie mal, äh, ich sehe, er ist weggekommen, weggegangen. Dann finden Sie bitte diesen Brief in E-Mailbox. Ist einfach weggekommen, ja? Äh, ich bitte um Verzeihung. Ja. Ne, das ist ja mein, das ist ja mein, das ist ja mein Vorname. Ja, ne. Sie wollen mich doch bestimmt mit meinem Nachnamen lieber ansprechen, oder? Den finden wir doch besser. Knusprig, Knusprig hier steht. Stimmt das? Ja. Also, ich bitte um Verzeihung. Was? Ja, ich, ja, ich verstehe. Okay. Finden Sie bitte diesen Brief in Ihrem E-Mailbox, Herr Knusprig, Knusprig. Aber wie kommt denn da ein Brief rein? Das sehe ich doch da gar nicht aus. Briefe gehören doch in einen Briefkasten. Sie finden in Ihrem E-Mailbox. Haben Sie gerade neben einen... Haben Sie einfach den Brief reingedrückt? Haben Sie einen, äh, PC oder Laptop bei Ihnen? Wo denn? Wo willst denn Sie es haben? Haben Sie Personalcomputer oder, äh, haben Sie E-Mailbox in Ihrem Handy? Ja, ich habe auch Bananen, also die habe ich gerade frisch gekauft. Sehen Sie den Brief von Rudi Lank? Nee. Hab, hab noch nicht am Briefkasten geguckt. Da müsste ich jetzt runterlaufen. Es geht. Ja? Um, es geht um, äh, also es geht um... Ja, sprich, Mann. Es geht. Sprich. Es geht um, äh, E-Mailbox. Äh, finden Sie, äh, Ihr E-Mailbox. Wissen Sie, wo ist, äh, die E-Mailbox? Ihr, äh, Ihr E-Mailbox. Das, äh, 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 äh. Die E-Mailbox ist in meinem Computer drin. Jetzt habe ich mal versucht, auf Ihrem Niveau ein bisschen zu antworten, dass Sie das vielleicht doch besser verstehen. Suchen Sie bitte, öffnen Sie bitte Ihren E-Mailbox. Sie meint, Postfach. Sehen Sie denn? Was? Also, man kann es, glaube ich, schon echt nicht mehr für normalmenschlich halten, was da so anruft. Also, die stammeln sich irgendwas zurecht, können nichts und verstehen dann scheinbar noch das, was man sich da selbst zurechtstammelt. Schon interessant, was wir da für ein Gesprächsniveau mit den netten Telefonbratzen erreicht haben. Was soll ich denn sehen? Den Postfach, den Wald. Ja, sehen Sie bitte diesen Brief, finden Sie bitte von Rudi Lang. Er ist gerade weggegangen. Wo ist denn der hin? Vielleicht ist der in Spam oder in E-Mail-Box. Der ist in Spam, beim Sparen ist der hingegangen, oder wie? Einfach so? Ja, einfach so, in Ihrem E-Mail. Verstehen Sie, was bedeutet E-Mail-Adresse, Ihre E-Mail-Box? Nicht so richtig, weil, weiß ich nicht, das... Sehen Sie denn, ja oder nein? Nein. Warten wir mal, ich sehe da, der Brief ist weggegangen und Sie können diesen Brief finden. Es ist... Wann darf ich Sie nochmal anrufen, Herr Knustrik-Knustrik? Ähm, die Sabine bei der Bettina und mit der Barbara. Wann darf man Sie nochmal anrufen? Vorgestern. Wie bitte? Ja, vorgestern. Und dann hat sie es endlich geschnallt, dass das Gespräch wohl nichts mehr bringen wird und hat, ja, aufgelegt. So wie man sich das halt von den Betrügern vorstellt. Die legen halt einfach auf, wenn sie nicht mehr weiter wissen und was sie da großartig zu sagen sollen. Schon Wahnsinn. Das Gespräch, das hat von Anfang an keinen Sinn ergeben. Wir hatten jemanden dran, der der deutschen Sprache kaum mächtig war. Eigentlich überhaupt nicht. Und dann hat er gewechselt. Mit einer netten Dame, die auch keine deutsche Sprache kann. Also zumindest nicht so wirklich. Ja. Sie hätte das Theater hier noch mitgespielt. Bis sie dann wahrscheinlich einfach überhaupt nicht mehr verstanden hat, was ich von ihr möchte. Ja, und dann legt man halt einfach auf, wenn man aus einem Betrüger-Callcenter kommt und nicht mehr so richtig weiß, was man noch antworten soll. Naja. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr von der netten Lady hier erhaltet. Ich habe euch noch ein Telefonat mitgebracht. Ja, bitte. Hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Lukas Beck, sprich gerade mit dem Herrn Rüber. Wie heißen Sie? Mein Name ist Lukas Beck, hören Sie mich? Sie heißen doch schon Lukas Preiss. Bitte? Ich dachte Lukas Preiss. Lukas ist mein Name, genau. Haben Sie mich gehört? Ja. Sind Sie der Herr Lutz Rüber? Ja. Wunderbar, ich grüße Sie. Sie haben bei Cinatec, also bei täglichen Profiten eine Anmeldung gemacht. Können Sie sich erinnern? Nee. Bitte? Nein. Können Sie nicht erinnern? Ja. Deswegen melde ich mich bei Ihnen, um das zu sagen. Weil Sie haben das vergessen, aber ich lasse nicht, dass Sie es vergessen. Aha. Okay, es geht um Onlinehandlung, damit Sie dadurch, also dass Sie durch Onlinehandlungen Profite machen können. Haben Sie schon Erfahrung an Onlinehandlung? Weil wie ich es hier sehe, steht, dass Sie schon Erfahrung haben. Das brauche ich nicht. Brauchen Sie nicht? Nee. Also Sie wissen schon, was es ist, ja? Mhm. Was für eine Erfahrung haben Sie? Ja, ich sage, ich brauche da weiter nichts. Bitte? Ich frage dich, brauche da weiter nichts. Frag dich, brauchen Sie das nicht? Richtig. Also ist nicht so gut gelaufen, meinen Sie? Nee, das habe ich nicht gemeint. Ist nicht gut gelaufen? Nee, habe ich nicht gesagt. Okay, was ist passiert? Haben Sie da Verluste gemacht, oder? Nee, hat ja damit nichts zu tun. Ja, aber Sie haben schon mal damit was zu tun gehabt, oder nicht? Ja, natürlich, aber was wollen Sie jetzt davon her? Ja, aber wenn Sie was damit zu tun haben, hier gibt es zwei Möglichkeiten, entweder, dass Sie Profite machen oder Verluste. Ja, bei Ihnen gibt es ja nur Verluste. Okay. Haben Sie, wenn ich mal fragen darf, haben Sie da mit größer Summe geantwortet oder mit kleiner Summe? Mit gar keiner. Mit kleiner? Mit gar keiner. Mit kleiner. Sie scheinen nicht besonders helle zu sein. Bitte? Ja, danke. Was haben Sie gesagt? Nichts. Nein, nein, wiederholen Sie noch einmal. Was haben Sie gesagt? Ich sage, Sie scheinen nicht besonders helle zu sein. Scheinen nicht bei der Fehler zu sein. Oh Gott. Mit Intelligenz ist nicht so, nee. Bitte? Danke. Was haben Sie gesagt? Ich sagte, mit Intelligenz ist nicht so. Bei Ihnen. Bei mir? Hm. Und Sie sind intelligent? Na ja, scheinbar intelligenter als Sie. Echt? Ja. Beweisen Sie mir, zeigen Sie mir, dass Sie intelligenter sind als ich. Nö, kein Interesse. Kein Interesse? Hm, genau. Dann sind Sie dumm, falls Sie kein Interesse haben. Nö. Ich zeige Ihnen glauben, indem ich nicht bei Ihrer Betrugsfirma irgendwas investiere. Welche Betrugsfirma? Sagen Sie mir, schlaue Mann. Welche Betrugsfirma? Ihre. Woher wissen Sie unsere Firma? Ja, weil Sie wie ein Betrüger sprechen. Bitte? Danke. Ich bin Betrüger? Ja. Hab ich Ihnen schon mal betrügt, schlauer Mann? Nö, aber ich lasse das ja auch nicht tun. Aber woher wissen Sie dann, dass ich Betrüger bin? Ja, hab ich doch gerade gesagt. Sie haben nichts gesagt. Doch. Sie haben doch keine Beweise, dass ich Betrüger bin. Woher wissen Sie das? So unseriös wie Sie. Haben wir nicht schon mal miteinander gesprochen? Natürlich. Wann? Auch ganz oft schon. Sagen Sie mir, wann? Aufs Datum weiß ich doch aus dem Kopf nicht. Aber wieso lügen Sie? Ich lüge ja nicht. Es ist das erste Mal, dass ich Ihnen kontaktiert habe. Nee. Wir haben schon ganz viele Videos von dir auf dem YouTube-Kanal. Wie heißt... Ah, bitte? Ich sag, ich hab schon ganz viele Videos von dir auf dem YouTube-Kanal. Von mir? Ja. Ah. Und wie heiß ich? Ja, sonst Lukas Dreiß. Lukas Dreiß? Ja. Nein, mein Herr, ich bin Lukas Beck. Was laberst du? Genau. Böser geht's ja nicht. Was? Schlauer Mann. Mhm. Seit wann sind Sie schlau oder waren Sie immer schlau? Ich war schon immer schlau. Immer schlau? Mhm. Seitdem Sie geboren sind? Ja. Und von wem haben Sie diese Intelligenz bekommen? Von Ihrer Mutter wahrscheinlich, ja? Ja. War Ihre Mutter schlau oder lebt Sie immer noch? Ja, ich weiß nicht, was Sie das angeht. Aber Sie verhalten sich ja wie ein Betrüger am Telefon, also von daher... Ja, von daher bin ich Betrüger. Ja, ja. Genau. Aber ich hab Ihre Mutter nicht gefickt, Betrüger zu sein. Na guck mal, so reden nur Betrüger. Echt? Bewiesen. Aber wieso beleidigen Sie mich? Wieso sagen Sie mir, dass ich Betrüger bin? Das ist doch keine Beleidigung. Wenn Sie mich gar nicht kennen. Wenn Sie mich gar nicht kennen, wenn Sie meine Firma gar nicht kennen, wieso sagen Sie das? Ich brauch die nicht kennen. Ihr wechselt ja euren Namen sowieso alle paar Wochen. Was bist du für ein schlauer Mann, der so verhaltet? Ich glaub nicht, bei dir zu investieren. Wer nimmt dich? Keiner nimmt dich. Keine Sache. Auch wenn du willst, wird dich keiner nehmen. Bist du jetzt fertig? Auch wenn du planst, 100 Millionen zu investieren, wird dich keiner nehmen. Keiner braucht Leute wie Sie. Ja, und keiner braucht Leute wie dich. Und auch keiner braucht so eine Scheißfirma wie Eurus. Und keiner braucht so eine Scheißintelligente Robine. Ja. Ciao, ciao. Das war das ja geklärt, du Betrüger. Ja, genau. Da haben wir wieder den ganz seriösen Tradingberater am Telefon aus irgendeiner Handelsbank. Oh Mann, ich weiß es nicht. Also die enttarnen sich ja immer wieder selbst. Spätestens zum Ende des Gesprächs. Aber wirklich, wer zahlt da sein Geld ein? Schon alleine widerspricht der Slang gelangweilt. Vorher hieß er Lukas Preis, jetzt heißt er Lukas Beck oder wie auch immer. Es ist einfach wirklich ganz, ganz schlimm. Die rufen überall bei uns in Deutschland an. In Österreich, in der Schweiz und eigentlich sogar in ganz Europa. Um irgendwie die Leute um ihre Kohle zu bringen. Tja, dass man hier nichts verdienen kann, sollte, glaube ich, eigentlich jeder wissen. Nur genau das ist eben das Problem. Nicht jeder weiß es und es gibt leider Menschen, die da ihr Geld drin versenken in solchen Firmen. Von daher teilt sehr gerne die Videos auf Social Media mit euren Freunden, Verwandten, Bekannten, mit allen, denen ihr kennt, damit niemand von eurem Umfeld auf sowas reinfällt. Schreibt gerne noch in die Kommentare, wie eure Erfahrungen mit den Betrügern sind oder was euch sonst noch so aufgefallen ist im Gespräch. Ich bedanke mich fürs Reinhören. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.